Hey Leute, weiter geht's mit Halo. Oh shit. Da fängt der Kuh da an. Oho, guter Schuss. Kommt der hoch? Das ist nicht gut. Ne, dass er... Oh Gott. Oh man, der macht sie alle weg. Wir machen keinen Spaß. Kommt jetzt hier noch mehr? Oho. Oh yeah. Oh ja. Hau rein Sergeant. So, Leute. Was habt ihr denn hier so für Waffen? Okay. Okay, der hat was kleines. Pass auf. Geht das gleiches wechseln? Schade. Yeah. Hallo. Das nehm ich jetzt mal mit. Oh. Hab ich ja nicht gesehen. Das ist doch die Intention dabei, ne? Machen wir so. Hier bleiben Leute. Hier bleiben. Hehehe. Wo war der denn eben? Wo kam der denn her? Scheiße. Wir haben noch was vor uns. Scheiße. Also so viel dazu. Guter Schuss. Ach toll, jetzt hab ich keine Überlebenden mehr. Boah, Alter, das wird echt schwer. Meine Güte. Okay, okay. Komm. Ich muss noch mal ein bisschen anstrengen hier. Hey, die sind down. Gibt's doch nicht. Boah, Alter. Den, den, den. Den, den, den. Den, den, den. Sansebar. Oh, Sansebar. Da muss ich nicht lang. Was hat der denn gesagt? Ich hab Rüstung und Dings abgeworfen. Komm, wir gehen mal gucken. Ich lass mir ein bisschen Zeit, ja? Ich will hier nicht hetzen. Was hat der denn eben gemeint mit? Gott, ich hab Rüstung abgeworfen. Vielleicht meinte die Soldaten. Laufende Rüstungen. Mach's gut, mein Sohn. Okay. Weiter geht's. Alter, diese miesen Scharfschutz. Ich mach mal die Musik ein ticken leiser. So. Und. So. Weil auf einmal ist das Spiel so laut bei mir. Das hab ich ja öfter. Ich weiß nicht, was es ist. Haha. Oh, oh. Oh, oh. Hehe. Ist da ein Schwert, ne? Oder? Oh Mist. Ist da noch einer? Nein. Ich hasse es, wenn sie das tun. Oh. Oh, ich bleib hier hinten. Den hab ich schon wieder vergessen. Oh, ich liebe es, die kleinen Penner über den Haufen zu schießen. Ähm. Oh, Granaten sind auch noch bei. Äh, 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 äh. Genau. Ich darf die vergessen. Es gibt immer nicht nur einen Weg. Oder anscheinend doch. Was ist denn hier los? Ah, hier ist Munition. Was? Nicht mit mir, Freundchen. Hier war ich noch so schlecht aus. Find ich gut. Das konnten die vorher besser. Alter, das gibt's doch nicht. Boah, Alter. Das gibt's doch nicht. Was? War das ne Granate? Das ist doch irgendwann mal auf. Meine Güte. War das jetzt ein Kontrollpunkt, oder? Ich weiß, ich kann die abreißen, glaube ich. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir! Jawoll! Vorwärts! Dann bleiben wir bei dem... Na toll, das heißt nichts Gutes. Unten bleiben! Hey, Alter! Aufpassen! Nennt er mich, Alter! Ich fasse es nicht. Na toll, los geht's! Schade, ich dachte, das geht down. Oh shit! Oh, das sind nur Trümmer. Ich dachte schon. Oh, geil! Und los geht's! Wuhu! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Ich muss hier runter. Ah, ja. Komm, hier ist noch so ein Gleiter, Leute. Den könnt ihr doch auch nehmen. Rein in die Badehose, Kumpel! Ich glaube, wenn ich da einstehe. Wir stecken in Schwierigkeiten. Und jetzt so ausgehe. Ja, nehmen Sie das Geschütze! Okay, ich dachte schon. Warte mal, da ist doch irgendwas. Nicht? Okay. Ich kann auch das Geschütz nehmen. Das müsste, glaube ich, auch gehen. Ah, wurde egal. Juhu! Hallo, ihr hässlichen Aliens! Oh Gott, wir crime ja schon! Oh! Okay, soviel dazu. Guck mal, jetzt fahren sie selber. Geil, ne? Da geht es auch nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, er fährt nicht weiter. Guck mal. Nicht langsamer werden! Haha! Ist schon cool, oder? Das im Koop, richtig cool. Oh, scheiße! Nein, Leute! Was habt ihr denn gemacht? Nein, Leute! Was habt ihr denn gemacht? Meins! Neue Wortschrug! Juhu! Haha! Das ist geil! Ist das der gleiche Wortschrug? Ich habe den selber aufgestellt, das ist ja geil! Gut, sieh raus! Oh, shit! Ist das super, ist das witzig! Okay, ich steig aus. Ihr macht das ohne mich. Warte mal, haben die mich gerade erschossen? Oder haben die mich platt gefahren? Haha! So, Leute, los geht's! Nochmal, auf der Neues! ist, ich gehe zu ganz ruhig bleiben... Ich schieße mich zu oft daneben. Oh scheiße, das ist nicht gut. Okay, eben schon mal das Problem. Shit. Oh warte, was ist das denn hier? Die machen das schon ohne mich. Ich brauch so'n fucking Banshee. Oh, er brennt! Leute, raus da! Soldaten! Ach, sie leben noch. Das war der... Das ist ein neuer Warthog. Ich... Er... Mann! Prost erledigt! Au! Okay, los geht's. Jetzt müssen wir den fucking Gleiter platt machen. Ach, da ist unser drin! Ist das geil! Okay. Vom Fräger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen kurz aufgrund. Oh Mist! Aussteigen! Ach, das ist der Weltraumlift, ne? Oh, bei dieser Musik kann ich nur eben sterben. Oh Gott! Kommt schon wieder ein neuer? Das ist ja geil! Kaust da! Nimm den anderen da, Leute! Los jetzt! Das ist unsere Chance! Aus! Ja! Geht so! Diese Kanonen müssen wir die nicht kaputt machen! Wow, shit! Na los! Es... macht so viel Spaß! Macht so viel Spaß! Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt. Ich weiß. Das erklärt aber warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Oh shit! Ohohohohohohohoho, scheiße. Ach, die wussten gar nicht, dass die Erde von Menschen wesentlich ist. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Den Bastard hab ich erledigt. Ah. Komm, wir gehen... Oh, scheiße, raus hier. Ich will nehmen den Warthog hier. Ich muss doch einfach durchbrettern. Ich muss nicht kämpfen. Steigt ein, Leute. Können wir nicht den hier einer nehmen? Komm, steig da aus, mein Freund. So. Einsteigen, Soldat. Sehr gut. Es ist so cool. Warum gibt's nicht mehr so Spieler? Es ist ja so selten, dass man irgendwie coole Verbindete bekommt. Ja, toll. Aus der Bahn! Sonntagsfahrer! Die Erde ist uns! Oh, shit! Oh, nein. 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 Panzer! Wow! Trottel! Wir müssen weiter. Ach, da geht's gar nicht weiter. Das ist so lange her, wo ich das gespielt habe. Gott sei Dank. Das ist cool, wenn man was vergisst. Äh. Das ist mal die Todesfalle hier. Kann ich da einsteigen? Was ist das denn hier? Das ist irgendein... ...Transporter, hä? Cool. Mann, ich liebe es, mit KI über die Kratz zu erheizen. Es ist so cool. Ja, toll. Zum ganzer Konvoi! Wir gehen hier hoch. Die Allianz will sich neu formieren. Wir gehen hier. Sollen wir die stoppen? Zerstören? Da sind die Fahrer drin. Die Mines? Nein! Nein! Verkehrschaos. Dann wollen wir es einfach von hier unten am besten. Abwohl, von oben war eigentlich ganz gut, da haben wir die Geschütze direkt ausgeknipst. Komm jetzt nicht direkt explodieren, ich brauch dich noch. Ah! Sehr schön. Nö, nur den Benji. Oh, oh shit! Ach, die fahren auch schon. Okay, sehr gut. Leute, bevor es jetzt hier weiter geht, bis zur nächsten Folge, Halo. Ich weiß halt nicht, wie lange immer alles geht, deswegen mach ich mal so circa 20-25 Minuten folgen. Und bis zur nächsten Folge, Cliffhanger. Haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal.